Clearview AI kann persönliche Informationen nur anhand eines Fotos herausfinden. Es ist vielleicht der größte Datenraub unserer Zeit. Niemand hatte bis jetzt die Dreistigkeit, Daten auf diese Art und Weise abzugreifen. Das US-Startup Clearview hat offenbar drei Milliarden Bilder von Gesichtern aus dem Netz gezogen und in einer Datenbank gespeichert. Sie können jemanden Clearviewen und so alle Bilder von ihm im Netz finden. Praktisch jeder könnte so mit einem Klick identifizierbar sein. Da werden einfach Informationen eingesaugt und benutzt. Für die New York Times ist es das Ende der Privatsphäre. Und Deutschland? Wird Gesichtserkennung auch hier schon eingesetzt? Und wie groß ist die Gefahr, dass die Technik von Sicherheitsbehörden missbraucht wird? Mit Hilfe von Gesichtserkennungssoftware kann das Unternehmen offenbar Bilder von Gesichtern mit rund drei Milliarden Aufnahmen in einer gigantischen Datenbank abgleichen. Darin sind öffentlich zugängliche Fotos gespeichert. Mit einem Klick lassen sich alle öffentlichen Bilder einer Person finden. Inklusive Links zu den Seiten, von denen die Bilder stammen und auf denen sich dann leicht weitere Details wie die Adresse finden lassen. Die Vergleichsbilder in der Datenbank hat Clearview etwa aus sozialen Medien wie Facebook abgegriffen. Was öffentlich zugänglich war, wurde automatisiert abgesaugt. Ohne Zustimmung der Nutzer, ohne Kontrolle. Screenscraping wird das genannt. Wenn jemand wie Clearview Screenscraping betreibt und diese Daten unerlaubterweise abzieht von meinem in Anführungsstrichen Vertragspartner, dann ist das für mich eine Art moderner Hack. Und auch Facebook wird damit nicht einverstanden sein, dass Clearview Daten hier absaugt und für eigene Zwecke weiter nutzt und weiter veräußert. Technologisch ist das kein Hexenwerk. Firmen wie Google könnten das schon seit Jahren. Aus Angst vor Missbrauch haben sie bislang aber keine Programme zur automatischen Gesichtserkennung angeboten. Selbst Google-Chef Sundar Pinchai sagte erst neulich wieder, man habe da ernsthafte Bedenken. Gesichtserkennungstechnologie könne hilfreich sein, aber auch zu schändlichen Zwecken missbraucht werden. Stalker könnten die Software missbrauchen, um mit einem Klick privateste Daten über ihre Opfer herauszufinden. Arbeitgeber könnten Mitarbeiter und Bewerber komplett durchleuchten, Behörden könnten Bürger ausforschen. Clearview verkauft sein Programm bislang offenbar vor allem an staatliche Stellen. Hunderte US-Polizeibehörden sollen die Software schon getestet oder gekauft haben. Ermittler bitten um Hinweise bezüglich einer Diebin aus Claremont. Strafverfolgungsbehörden haben eine Gesichtserkennungstechnologie benutzt. Diese Frau etwa soll mit Hilfe von Clearview eines Diebstahls überführt worden sein. Die Software glich ihr Fahndungsbild mit der Datenbank ab. So kamen die Ermittler auf ihr Facebook-Profil und konnten sie an ihrem Tattoo endgültig zuordnen. Bei Ermittlungen kann so eine Software hilfreich sein. Aber was, wenn Fehler passieren? Wo liegen die Grenzen? Für Yvonne Hofstetter ist Clearview ein Dammbruch. Das ist, wie gesagt, eine neue Dimension, mit der wir konfrontiert sind. Und wir haben im Moment auch dafür, wie für viele andere Dinge in der Digitalisierung, noch keine Lösung. In Deutschland wird Clearview bislang offenbar nicht eingesetzt. Aber die Frage, wie wir mit so einer Technologie umgehen wollen, betrifft uns genauso. Auch hierzulande werden Technologien zur Gesichtserkennung an vielen Stellen bereits eingesetzt oder getestet. Berlin, Bahnhof Südkreuz. Bis vor kurzem haben Bahn und Bundespolizei hier Gesichtserkennung in Echtzeit erprobt. Freiwillige wurden gefilmt und per Software mit Testdatenbanken abgeglichen. Künftig könnten so Straftäter auf der Flucht gefasst werden. Aber dann würden eben auch Unbeteiligte aufgezeichnet. Datenschützern geht das zu weit. Auch, weil die Fehlerquote bislang hoch ist. Bundesinnenminister Seehofer wollte die Echtzeiterkennung trotzdem auf vielen Bahnhöfen und Flughäfen einführen. Nach den Enthüllungen zu Clearview legte er das Projekt auf Eis. Vorerst. Andere Gesichtserkennungssysteme sind längst im Einsatz. Passkontrollsysteme etwa an Flughäfen. Die Dresdner Firma Cognitec stellt solche und andere Systeme her. Die Branche erlebe gerade einen Aufschwung, sagen sie hier. Die letzten fünf Jahre werden in unserer Industrie als Gesichtserkennungsrevolution bezeichnet, weil sich die Genauigkeitsraten so stark verbessert haben, dass man jetzt diese Systeme auch sehr, sehr zuverlässig einsetzen kann. Cognitec hat auch Programme im Angebot, die mithilfe automatischer Gesichtserkennung Fotos mit Datenbanken abgleichen können. Beim BKA und auch in einigen LKAs ist diese Technologie bereits im Einsatz. Etwa um herauszufinden, ob Verdächtige bereits in Polizeidatenbanken registriert sind. Das mache die Arbeit effizienter und diene der Sicherheit, sagen Befürworter. Datenschützer warnen. Das allgemeine Problem ist, dass in dem Moment, in dem man anfängt, solche Daten zu analysieren und Datensammlungen aufzubauen, dass dann der Datenhunger immer größer wird. Wie groß der Hunger werden kann, zeigt ein Blick nach Hamburg. 2017 kam es beim G20-Gipfel zu heftigen Krawallen. Bis heute laufen Verfahren gegen Randalierer. Um Straftaten nachweisen zu können, haben die Behörden gigantische Mengen an Videomaterial gesammelt. Es wurde sogar ein Portal eingerichtet, wo jeder Privataufnahmen hochladen kann. Das Material wird nun mit Gesichtserkennungssoftware nach Verdächtigen durchforstet. Sinnvoll, um Randalierer zu fassen. Aber auf den Bildern sind auch viele Unbeteiligte, die rein zufällig in der Nähe waren. Oder auf den vielen friedlichen Demos. Die Gesichter tausender unbescholtener Demonstranten seien biometrisch erfasst und gespeichert worden. Kritisiert der Hamburger Datenschutzbeauftragte Johannes Kasper. Erstens weiß kein Mensch, ob er überhaupt in diesem Material drin ist. Und zweitens ist vollkommen unklar, in welcher Weise dieses Material dann im Endeffekt verwendet wird. Lukas Teune ist Anwalt. Er vertritt auch G20-Beschuldigte. Am Beispiel eines aktuellen Mandanten zeigt er uns, auf wie viel Material die Ermittler zugreifen können. Allein in diesem Fall wurde über eine Stunde Bildmaterial zusammengestellt. Ein praktisch lückenloses Bewegungsprofil. Und so ein Mitschnitt könnte nun wohl von vielen erstellt werden, die zufällig vor Ort waren oder friedlich demonstrieren wollten. Ja, das ist der Weg in einen polizeilichen Überwachungsstaat. Ja, das muss man einfach so sehen. Das führt doch letztlich dazu, dass sich die Einzelne oder der Einzelne ganz genau überlegen muss, gehe ich denn überhaupt noch auf eine Versammlung? Das mache ich doch im Zweifel lieber nicht, wenn danach noch jahrelang computergestützt auswertbar ist, auf welcher Demo ich denn war. Also das ist doch eigentlich der Tod so einer politischen Kultur, wenn man den Eindruck hat, die Polizei überwacht komplett das Geschehen und kann das dann auch noch computergestützt auswerten, wo ich mich aufgehalten habe. Und es geht längst nicht mehr nur um reine Gesichtserkennung. Einige Bundesländer arbeiten bereits mit Software, die Informationen automatisch verknüpfen kann. Hessen zum Beispiel. Das Programm Hessendata kann mithilfe von Algorithmen Verbindungen zwischen verschiedenen polizeilichen Datenbanken herstellen und auch Informationen aus dem Internet einbinden. Mitgeschnittene Telefongespräche, abgefangene Mails, Kontakte, Aufenthaltsorte. All das kann zu Profilen zusammengeführt werden. So sollen die Netzwerke von Verdächtigen schneller erfasst werden. Aber was, wenn die Polizei sich irrt? Wenn die Technologie missbraucht wird? Wenn unschuldige oder sogar politische Gegner so gerastert werden? Und was heißt das für unser tägliches Leben? Der Rechtsstaat darf es auch nicht verhindern, dass Kriminalität verfolgt wird. Er muss aber auch gleichzeitig verhindern, dass diese Verfolgung von Kriminalität ausufert und in einen Bereich der Unkontrollierbarkeit absinkt. Und wenn das nicht gelingt, dann verlieren wir sozusagen die Bindung, die wir im Rechtsstaat eben gegenüber einem Willkürstaat haben, wo die Polizei machen kann, was sie will. Es sind Gesetze, die genau davor schützen, die Grenzen setzen müssen. Aber die Hürden für polizeiliche Maßnahmen sind in den letzten Jahren immer weiter gesenkt worden. In mehreren Ländern darf die Polizei nicht mehr nur bei realen Gefahrensituationen eingreifen, sondern bereits, wenn eine Gefahr nur droht. Aber ab wann droht Gefahr? Wird es nicht irgendwann willkürlich? Überlassen wir es, Algorithmen anhand von Annahmen und Erfahrungswerten zu berechnen, wer einmal gefährlich werden könnte? Und wer will das noch rechtsstaatlich kontrollieren? Zwischen den Möglichkeiten, die die Technologie zur Verfügung stellt, in Bezug auf Kontrolle, in Bezug auf Überwachung, in Bezug auf Freiheitseinschränkungen, schützt uns nur die ganz dünne, hauchdünne Schicht des Rechts in einem Rechtsstaat. Und wenn ich aber sage, ich gebe das auf, dann sind wir auf dem besten Wege abzurutschen in eine Herrschaftsform, wo eben diese dünne Schicht des Rechts aufgelöst wird und wir eben unsere Freiheit tatsächlich auch ad acta legen können. Clearview war ein Tabubruch. Aber die Möglichkeiten zur Überwachung gehen längst weiter. Die Debatte darüber, wo wir die Grenzen setzen müssen, hat erst begonnen.